Hallo, ich soll euch einmal rumführen. Zwei Stunden Training sind nicht genug, deswegen machen wir noch eine kleine Medieeinheit hinterher. Wir haben heute in der Messehalle trainiert, bereiten uns auf Alba vor, gerade noch von Max Di Deo einen schönen Ellenbogen in die Rippen gekriegt und da vorne ein Interview gegeben. Ansonsten seht ihr ja, die Halle nimmt so langsam Formen an. Jede Woche kriegen wir ein bisschen was mehr. Wir haben jetzt hier geile neue LED-Banden seit heute drin. Gestern sind die Anzeigen aufgebaut worden, also eigentlich alles, was man sich so als Spieler wünscht. Die drei Spieler, die es noch nicht mitgekriegt haben, die das Feierabend ist, die rollen sich noch ein bisschen. Wir gehen dann später, da hinten ist unsere neue Kabine. Da müssen wir da hinten durch die Stahltore und haben unseren eigenen Locker-Room. Da steht Gerard Gumilla bestimmt schon unter der Dusche, weil Spanien gleich gegen Amerika spielt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den ganzen Media Channels, die wir jetzt haben. Dass ihr mal einen guten Einblick hinter die Kulissen bekommt und uns nicht nur beim Spiel seht, sondern auch mal, wie unser Alltag ein bisschen abläuft. Ich glaube, das ist ganz spannend für euch und ich hoffe, wir sehen uns dann am Dienstag gegen Alba.